Gestern habe ich schon hier den Steg ausgeholt. Was? Ja, hier. Ach so. Ja, dann. So, die Steg haben wir gestern hier rausgeholt. Ja, ja, machen wir alles so, weil dann kommt nicht perfekt, ne? Okay. Ja. Ich habe gar nicht mein Tankdickel aufgemacht, sehe ich gerade. Ne. We했어요, weil da Tauschal ist. Das merkst du dann aber. Boah, da war ich mir wahnsinnig.